Es gibt frische Stinkekissen. Oh Gott, Amor, sie hat dir dein Stinkekissen weggenommen. Oh Gott, Amor. Oh Gott, Amor, sie, ich glaube, du kriegst gleich ein paar gezwiebelt. Das ist der Püppi ihr Stinkekissen. Linus rollt sich in seinem Stinkkissen. Ja, da haben sie das Tier weggenommen. Komm, wir gehen raus. Die Sonne scheint ein wenig. Linus geht richtig steil. Das ist der Püppi ihr Stinkkissen. Das ist der Püppi ihr Stinkkissen. Das ist der Püppi ihr Stinkkissen. So, jetzt raus in den Garten.